Ja, das gefällt euch, ha? Das bringt einen zum Tanzen. Lehra! Los, Mama! Ich bin schon dabei und das werdet ihr auch. Wenn ihr weiter so tanzt, kriegt ihr Kinder, die ihr nicht ernähren könnt. Das ist Tammy Anderson. Sie ist super heiß. Sie hat zwei Schwestern und sie können alle singen. Mein Name ist Dix. Sparkle. Ist das dein Song? Hast du den geschrieben? Nur, wenn du ihn gut findest. Frauenkombos sind momentan total angesagt. Ihr solltet zusammen singen. Meine Mom war mal Profisängerin. Die nächste Nummer in unserem Programm... Jetzt geht er raus und sieht hübsch aus. Über das haben wir nicht geprobt. Ich weiß, was ich tue. Sister und ihre Schwester. Wo in aller Welt habt ihr die Kirchenkleider her? Bringt ihr mal einen Drink, er wird ihn brauchen. What can I do with this feeling? How do you love, sweet love? Oh, how do you love me? Ihr wart unglaublich. Ihr kriegt Engagements in der ganzen Stadt. Ihr seid zu spät. Was macht ihr da drin? Meine Babys. Ich weiß, dass ihr euch nicht so gern habt. Das ist Set in Struthers. Ich suche eine neue Vorgruppe für meine Show. Wenn man einen Zug sieht, der ihn dorthin bringt, wo man hin will. Warte mal. Hey, hey, lieber, lieber. Dann sollte man aufspringen. War mein Leben für euch denn nicht abschreckend genug? Wir stehen kurz vor einem Plattenvertrag. Also wenn ich schlau wäre, würde ich von euch leben. Das hat er dir angetan, oder? Gehörst du dann immer noch zur Gruppe? Die Leute wollen zerstören, was wir aufgebaut haben. Du und ich, wir haben damit angefangen. Man braucht eine Menge Selbstvertrauen dafür, Sparkle. Ich wusste immer, dass du eine Vergabung hast. Ich muss irgendwas richtig gemacht haben. Wirf sie nicht weg. Wirf sie nicht weg. Wirf sie nicht weg. Wirf sie nicht weg.